Im Sommer kommt das dritte gemeinsame Kind mit Frau Marie Janett. Mit 57 Jahren wird Heino Färch nach Gala-Informationen noch einmal Papa. Und die Freude ist riesengroß. Große Freude im Hause Färch. Mit 57 Jahren wird Heino Färch zum dritten Mal Vater, wie die Gala in ihrer neuen Mittwochausgabe berichtet. Es ist ein absolutes Wunschkind, so der Schauspieler. Und wir sind total glücklich, dass uns das dritte Kind geschenkt wird. Die dritte Schwangerschaft von Färchs Frau Marie Janett läuft bislang ohne Probleme. Im August wird das Baby zur Welt kommen, verriet die 44-jährige Vielseitigkeitsreiterin. Nicht nur bei den werdenden Eltern herrscht Vorfreude. Heino und Marie Janett, die sich 2005 das Ja-Wort gaben, haben bereits zwei Kinder. Tochter Ava ist inzwischen zwölf, Sohn Gustav sieben Jahre alt. Nach Angaben der Gala könnten die beiden ihr neues Geschwisterchen kaum erwarten. Insgesamt wird der Schauspieler sogar zum vierten Mal Vater. Tochter Luisa stammt aus einer vorherigen Beziehung. Nach YOUNG MAN Nach